Frohes neues Jahr, Freunde! 2023 ist vorbei, 2024 hat gestartet. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr an Silvester gemacht habt, Freunde. Dieses Jahr ist wirklich eine Menge passiert, beziehungsweise letztes Jahr. Ich meine, das Jahr ging gut los mit Minecraft, Freunde. Das war wirklich ein sehr, sehr geiles Projekt. Also mit eines der besten Projekten, in denen ich jemals war. Es war so cool. Dann ging es weiter mit Minecraft KI, auch extrem nice. Und jetzt gerade auch noch, ja, ein Inventar. Das hat irgendwie gar keinen richtigen Namen. Das kleine Mini-Format, was gerade noch läuft, kann man eigentlich so sagen. Und ich wollte das Video hier einfach mal nutzen, um mich für den fetten Support bei euch zu bedanken. Also es ist wirklich krass, wie viele neue Leute wir jetzt in 2023 dazu bekommen haben. Ich meine, wir haben die 50.000 Abonnenten erreicht dieses Jahr und sind jetzt sogar kurz vor den 100.000. Also ich glaube, es fehlen auch 15.000 oder so. Ob das jetzt kurz davor ist, kann man, ja, kann man sehen, wie man will. Aber wir sind auf jeden Fall relativ nah dran. Ich denke 2024 kriegen wir das auf jeden Fall hin. Aber es ist wirklich einfach nur richtig krass, was alles passiert ist. Ich bin auch umgezogen jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr. Es ist heftig. Und ich kann nur sagen, Leute, 2024 wird es auf jeden Fall auch noch coole Projekte geben. Ich werde auch mein Bestes geben, wieder einigermaßen regelmäßig aktiv zu sein. Also vielen Dank an alle, die noch dabei sind, obwohl ich eine Zeit lang wieder so ein bisschen inaktiv war. Jetzt mit dem Umzug und alles war super stressig. Dann kamen, glaube ich, zwei Wochen keine Videos oder so. Aber jetzt geht es wieder los, Leute. Also in diesem Sinne würde ich sagen, nochmal vielen Dank für euren Support. 2024 wird heftig. Und auf Wiedersehen.